Gerade, als habe der Hausmeister es ihm befohlen, wich der Hund nicht von meiner Seite. Tag und Nacht folgte er mir, selbst wenn ich das Toilettenhäuschen besuchte. Besonders freute ich mich auf unsere Ausflüge am Spätnachmittag, wenn der Hund und ich über die Felder zu einer Reihe von Bäumen rannten, die die Landparzellen voneinander trennten. Dort saßen wir im Schatten und starrten in den Raum wie Esperanza. Ja, manchmal schien es mir, als bräuchte ich nur meine Arme auszustrecken, um die Berge in der Ferne zu berühren. Ich lauschte auf den Wind, der durch die Zweige fuhr und wartete, bis das Licht der untergehenden Sonne die Blätter zu goldenen Glocken werden ließ. Ich wartete, bis die Blätter blau geworden waren und schließlich schwarz. Dann rannten der Hund und ich auf der Flucht vor der flüsternden Stimme des Windes, die von der Einsamkeit des verdorten Landes erzählte, zum Haus zurück. Am vierten Morgen erwachte ich mit einem Schrecken. Hinter der Tür, die hinaus auf den Hof führte, rief eine Stimme. Zeit zum Aufstehen, Faulpelz! Es war die Stimme des Hausmeisters, doch klang sie schläfrig und unbestimmt. Weshalb kommen Sie nicht herein? fragte ich. Wo haben Sie den ganzen Tag über gesteckt? Er antwortete nicht. Ich war zu angespannt und gleichzeitig zu schläfrig, um selbst nachzuschauen, wo er sich versteckte, und so saß ich in meine Decke gewickelt und wartete auf sein Erscheinen. Nach einer Weile raffte ich mich auf und trat hinaus. Auf dem Hof war niemand zu sehen. Um die Schläfrigkeit zu vertreiben, schüttelte ich mir einen Eimer kalten Wassers über den Kopf. An jenem Morgen verlief mein Frühstück nicht wie gewohnt. Esperanza ließ sich nicht blicken. Und nachdem ich mich zur Arbeit niedergesetzt hatte, bemerkte ich, dass der Hund ebenfalls verschwunden war. Lustlos blätterte ich durch meine Bücher. Ich verfügte über wenig Energie und noch weniger Lust, mit der Arbeit zu beginnen. Stundenlang saß ich untätig am Tisch und starrte durch die offene Tür auf die fernen Berge. Ab und an wurde die klare Stille des Nachmittags vom Gekratze der Hühner auf der Suche nach Samen oder von dem durchdringenden Schrei der Zikaden unterbrochen, die in dem blauen, wolkenlosen Licht vibrierten, als sei es immer noch Mittag. Ich war gerade dabei, einzuschlafen, als ich ein Geräusch im Hof hörte. Ich blickte auf. Der Hausmeister und der Hund lagen Seite an Seite auf einer Stromatte im Schatten des Zaunes. Irgendetwas an der Art, wie sie sich dort ausgestreckt hatten, erschien mir merkwürdig. Sie waren so bewegungslos, dass sie mir wie tot erschienen. Mit einer Mischung aus Besorgnis und Neugier näherte ich mich ihnen auf Zehenspitzen. Der Hausmeister bemerkte meine Anwesenheit noch vor dem Hund. Mit übertriebener Überraschung öffnete er seine Augen und begab sich mit einer einzigen flinken Bewegung in den Schneidersitz. Hast du mich vermisst? fragte er. Habe ich, rief ich aus und lachte unsicher. Aus seinem Mund schien das eine merkwürdige Frage. Weshalb sind Sie heute Morgen nicht in mein Zimmer gekommen? Ich bemerkte seinen fragenden Gesichtsausdruck und fügte hinzu, wo haben Sie die letzten drei Tage gesteckt? Anstatt zu antworten, fragte er in schroffem Ton, wie geht es mit deiner Arbeit voran? Sein Tonfall brüskierte mich derartig, dass ich nicht wusste, ob ich ihm antworten sollte, dass in meiner Semesterarbeit nicht das Mindeste angehe oder dass ich mit ihr nicht weiterkam. Verschwinde deine Energie nicht mit Erklärungen, sagte er. Sag mir einfach die Wahrheit, dass du nicht in der Lage bist, dein Papier ohne meine Expertenmeinung fertigzustellen. Aus Angst vor Lachen herauszublatzen, ging ich neben den Hund in die Hocke und kraulte seinen Kopf. Nun, fragte der Hausmeister bohrend, kannst du nicht zugeben, dass du ohne mich nicht weiterkommst? Ich entschied, dass es besser sei, ihn bei Laune zu halten, als ihm zu widersprechen und erklärte, dass ich in der Tat den ganzen Tag über kein Wort zu Papier gebracht und auf seine Hilfe gewartet hatte. Ich versicherte ihm, dass das Erreichen der Abschlussklasse keinesfalls in den Händen meiner Professoren lag, sondern einzig von ihm abhing. Der Hausmeister warf mir ein strahlendes Lächeln zu und bat mich dann darum, ihm meine Papiere zu bringen. Er wollte einen Blick darauf werfen. Ich habe die Arbeit in Englisch verfasst, bemerkte ich spitz. Sie werden sie nicht lesen können. Ich widerstand meinem ursprünglichen Impuls, ihm mitzuteilen, dass er sie auch dann nicht verstehen würde, wenn ich sie in Spanisch geschrieben hätte. Doch ganz so übel waren meine Manieren schließlich doch nicht. Er bestand darauf, dass ich ihm meine Arbeit vorlegte und ich tat ihm den Gefallen. Er breitete einige der Seiten vor sich auf der Matte aus, andere auf dem starbigen Boden. Dann holte er eine Brille mit Metallgestell aus seiner Hemdtasche und setzte sie auf. Es ist von äußerster Wichtigkeit, wie ein gebildeter Mann zu wirken, flüsterte er dem Hund zu. Das Tier hob ein Ohr und grollte sanft, als stimmte es ihm zu. Der Hund veränderte seine Position und mit einer Handbewegung bedeutete der Hausmeister mir, zwischen ihm und dem Tier Platz zu nehmen. Als er sich über die losen Blätter auf dem Boden beugte, sah er aus wie eine Eule, streng und geleert. Mit seiner Zunge machte er abschätzliche, glucksende Geräusche. Er schabte sich am Kopf. Wieder und wieder durchwühlte er die Papiere, als wolle er eine Ordnung herstellen, die ihm bisher entgangen war. Wegen der unbequemen Sitzposition begannen die Muskeln in meinem Nacken und in den Schultern zu schmerzen. Vor Ungeduld seufzend lehnte ich mich an den Zaun und schloss die Augen. Trotz meiner zunehmenden Verstimmung musste ich eingenickt sein, denn plötzlich wurde ich durch ein schwaches, beständiges Summen geweckt. Ich öffnete die Augen. In meiner Nähe saß eine hochgewachsene, prächtig gekleidete, wunderschöne Frau und blickte mich an. Sie sagte etwas zu mir, doch ich verstand sie nicht. Das Summen in meinen Ohren schwoll an. Die Frau beugte sich vor und fragte mit deutlicher und klarer Stimme, Willst du mich nicht begrüßen? Nelida, seit wann sind Sie hier? Ich habe versucht, mir das Summen aus den Ohren zu vertreiben, erklärte ich. Sie nickte, dann zog sie ihre langen, wohlgeformten Beine unter ihrem Rock und schlang ihre Arme darum. Es ist schön, dich wiederzusehen, sagte sie mit träumerischer Stimme. Der Hausmeister krummelte mit zusammengezogenen Augenbrauen vor sich hin und studierte die vor ihm liegenden Seiten. Nicht nur ist dein Gekritzel schwer zu entziffern, es ist auch nicht gerade sonderlich aufschlussreich, erklärte er nach einer Weile. Nelida starrte mich mit kritischem Blick und zusammengekniffenen Augen an, so als wolle sie mich auffordern, ihm zu widersprechen. Unruhig begann ich zu zappeln. Ich wollte ihrem prüfenden und zermürbenden Blick entgehen. Sie beugte sich vor und packte mich mit festem Griff am Arm. Mit ermüdender Behäbigkeit begann der Hausmeister aus den Seiten vorzulesen. Die Worte klangen vertraut, doch ob er wirklich aus dem Text verlas, konnte ich nicht mit Sicherheit sagen, weil ich außerstande war, mich zu konzentrieren. Zu sehr ärgerte ich mich über die kapriziöse Art und Weise, mit der er die Sätze, die Redewendungen und manchmal sogar die Worte betonte. Im Großen und Ganzen, erklärte er, nachdem er die letzte Seite beendet hatte, handelte es sich hier um eine schlecht verfasste Arbeit. Er ordnete die Blätter zu einem Stapel und lehnte sich gegen den Zaun. Bedächtig brachte er seine Beine in die gleiche Position, die Isidoro Balthasar mir gezeigt hatte. Das rechte Bein über das linke, den rechten Knöchel auf dem linken Knie und schloss die Augen. Er schwieg so lange, bis ich dachte, dass er eingeschlafen sei. Ich schrag auf, als er mit bedächtiger und wohlgesetzter Stimme begann, über Ethnologie, Geschichte und Philosophie zu sprechen. Die Gedanken schienen ihm während des Sprechens zu kommen und seine Worte erklangen mit derartiger Klarheit und Präzision und waren von solcher Einfachheit, dass ich ihm mit Leichtigkeit folgen und sie verstehen konnte. Aufmerksam hörte ich ihm zu, doch gleichzeitig musste ich daran denken, wie unmöglich es war, dass er so viel von den intellektuellen Strömungen in der westlichen Welt verstand. Wie kam es, dass er so gebildet war? Wer war er wirklich? Könnten Sie das alles noch einmal wiederholen? fragte ich, sobald er aufgehört hatte zu sprechen. Ich würde mir gern Notizen machen. Alles, was ich gesagt habe, steht in deiner Arbeit, versicherte mir der Hausmeister. begraben unter einer Unzahl von Fußnoten, Zitaten und unausgegorenen Ideen. Er lehnte sich zu mir, bis sein Kopf mich beinahe berührte. Um deinem Papier die fehlende Wahrhaftigkeit zu verleihen, genügt es nicht, Zitate aus den Werken anderer anzuführen. Überrascht starte ich ihn an. Möchten Sie mir bei der Arbeit helfen? fragte ich. Nein, das ist mir nicht möglich, sagte er mit ernstem Blick. Das musst du allein machen. Aber ich kann es nicht, protestierte ich. Sie haben mir gerade eben erklärt, wie schlecht geschrieben meine Arbeit ist. Besser kann ich es nicht, glauben Sie mir. Glaube ich nicht, widersprach er mit Nachdruck und warf mir einen ernsten, aber freundlichen und durchaus warmen Blick zu. Ich bin mir sicher, dass deine Professoren diese Arbeit akzeptieren werden, sobald sie sauber abgetippt ist. Ich würde es allerdings nicht. Ihr fehlt jede Originalität. Ich war zu fassungslos, um mich aufzuregen. Du gibst lediglich wieder, was du gelesen hast, fuhr der Hausmeister fort. Ich will, dass du dich mehr auf deine eigenen Ansichten verlässt, selbst wenn sie dem widersprechen sollten, was von dir erwartet wird. Das ist doch nur eine Semesterarbeit, entgegnete ich defensiv. Ich weiß selbst, dass ihm noch einige Verbesserungen bedarf, aber ich muss auch an meine Professoren denken. Die Frage, ob ich persönlich den beschriebenen Ansichten zustimme oder nicht, stellt sich nicht. Ich will in die Abschlussklasse kommen und unter anderem muss ich es dazu auch meinen Professoren recht machen. Wenn du Kraft aus der Welt der Zauberer beziehen willst, sagte er, kannst du nicht länger unter solchen Voraussetzungen arbeiten. Hintergedanken werden in unserer magischen Welt nicht akzeptiert. Wenn du dein Studium abschließen willst, musst du dich wie ein Krieger verhalten und nicht wie eine Frau, die darauf dressiert ist, anderen zu gefallen. Selbst wenn du dich von deiner widerlichsten Seite zeigst, so willst du doch immer noch gefallen und das weißt du. Da du über keine Ausbildung als Autorin verfügst, sollte es dir nicht schwerfallen, beim Schreiben einen neuen Weg einzuschlagen, den Weg des Kriegers. Den Weg des Kriegers? Was meinen sie damit? fragte ich. Soll ich meine Professoren bekriegen? Deine Professoren nicht, sagte er. Du musst dich selbst bekriegen, auf jedem Zentimeter deines Weges und du musst dabei so geschickt und kunstvoll vorgehen, dass niemand deinen Kampf bemerkt? Ich wusste nicht genau, was er damit meinte und wollte es auch nicht wissen. Noch bevor er Gelegenheit hatte, dem Gesagten noch etwas hinzuzufügen, fragte ich, weshalb er so viel von Ethnologie, Geschichte und Philosophie verstehe. Lächelnd schüttelte er den Kopf. Hast du nicht bemerkt, was ich getan habe? fragte er und beantwortete gleich darauf seine eigene Frage. Ich habe die Antworten aus der Luft gegriffen, indem ich meine Energiefasern ausgestreckt und diese Gedanken aus dem unermesslich großen Ozean von Gedanken und Ideen geangelt habe, so wie man einen Fisch an einer Schnur fängt. Er machte eine ausladende Geste mit den Armen, als wolle er die Luft um sich herum umschließen. Um Gedanken einzufangen, so sagte mir Isidoro Balthasar, muss man wissen, welche Gedanken nützlich sind und welche nicht. Deshalb ist es notwendig, Geschichte, Philosophie und Ethnologie zu studieren, erwiderte ich. Vielleicht habe ich das sogar einmal getan, sagte er unentschlossen und kratzte sich ratlos am Kopf. So muss es wohl gewesen sein. Genau so muss es gewesen sein, behauptete ich salbungsvoll, als hätte ich soeben eine bedeutende Entdeckung gemacht. Laut seufzend lehnte er sich gegen den Zaun und schloss die Augen. Weshalb musst du immer recht haben, fragte Nelida. Erstaunt ihre Stimme zu hören, sah ich sie mit offenem Mund an. Ihre Mundwinkel waren zu einem boshaften, verschwörerischen Lächeln gekräuselt. Sie bedeutete mir, den Mund zu schließen. Die Ausführungen des Hausmeisters zu meiner Semesterpapier hatten mich so abgelenkt, dass ich ihre Anwesenheit vergessen hatte, obwohl sie die ganze Zeit vor mir gesessen hatte oder etwa nicht. Der Gedanke, sie könne ohne mein Wissen verschwunden und wieder aufgetaucht sein, ließ mich unruhig werden. Lass dich dadurch nicht beirren, sagte Nelida mit sanfter Stimme, als habe ich meine Befürchtung soeben laut ausgesprochen. Wir kommen und gehen andauernd, ohne, dass es jemand bemerkt. Der beunruhigende Inhalt ihrer Behauptung wurde durch ihren Tonfall aufgehoben. Ich ließ meinen Blick vom einen zum anderen wandern und fragte mich, ob sie tatsächlich unbemerkt von meiner Nase verschwinden würden. Ich wollte sicherstellen, dass sie nichts dergleichen taten, deshalb streckte ich mich wie eine Katze auf der Stromatte aus und berührte mit dem Fuß den Saum von Nelidas Kleid, während meine Hand zur Jacke des Hausmeisters wanderte. Er musste die Berührung an seinem Ärmel gespürt haben, denn er setzte sich unvermittelt auf und starrte mich an. Ich schloss die Augen, beobachtete beiden jedoch weiterhin durch meine Wimpern. Sie bewegten sich nicht. In ihrer aufrechten Haltung war kein Anzeichen der Erschöpfung zu erkennen, während ich mit dem Schlaf zu kämpfen hatte. Eine kühle, nach Eukalyptus duftende Brise fuhr durch den Hof. Bunt gefärbte längliche Wolken zogen über den Himmel und das transparente Tiefblau wurde allmählich diffuser. So übergangslos schmolz es dahin, dass ich schließlich nicht mehr unterscheiden konnte, was Wolken und was Himmel war, was Tag und was Nacht war. Mein Fuß unverwandt auf Nelida sah und meine Hand um die Jacke des Hausmeisters geklemmt, gerade als hinge mein Leben daran, schlief ich ein. Als ich von einer Berührung geweckt wurde, schien mir, als seien nur ein paar Augenblicke vergangen. Florinda, flüsterte ich, obwohl ich instinktiv wusste, dass es sich bei der Frau neben mir um jemand anderen handelte. Sie murmelte. Ich hatte den Glück, dass sie das seit geraumer Zeit tat und ich nur erwacht war, um ihren Worten zu lauschen. Ich wollte mich aufsetzen. Mit einem freundlichen, aber bestimmten Druck gegen meine Schulter hinderte mich die Frau daran. Irgendwo in der Dunkelheit brannte eine kleine Flamme und warf eine flackernde, angenehme Blässe auf ihr Gesicht. Fast sah sie aus wie ein Geist. Im Näherkommen schien sie zu wachsen. Ihre Augen wurden größer, während sie mich entstarrte. Der Bogen ihrer Brauen schien wie mit einem Stift gemalt und war nachdenklich zusammengezogen. Nelida, seufzte sich erleichtert. Sie lächelte schwach und nickte. Ich wollte sie nach dem Hausmeister und meiner Semesterarbeit fragen, doch presste sie ihren Finger auf meine Lippen und fuhr fort zu Murmeln. Sie wurde leiser und leiser. Das Murmeln schien aus großer Entfernung zu kommen und verstummte schließlich völlig. Nelida erhob sich und bedeutete mir, es ihr gleich zu tun. Ich folgte ihr und bemerkte, dass wir uns nicht draußen auf dem Hof, sondern in einem der leer stehenden Schlafzimmer befanden, die vom Korridor abgingen. Wo ist meine Arbeit? fragte ich besorgt darüber, dass der Wind meine Seiten verstreut haben könnte. Der Gedanke, meine Arbeit von zu müssen, ließ mich schaudern. Mit einer gebieterischen Kinnbewegung bedeutete Nelida mir, ihr zu folgen. Sie war einiges größer als ich und sah genauso aus wie Florinda. Wäre sie nicht viel feiner gebaut gewesen, hätte ich die beiden nicht auseinander halten können. Jetzt erschien sie mir wie eine vollendete Version von Florinda, wie Florinda gewesen sein musste, als sie jünger war. Irgendetwas Nelida wirkte auf ungemein anziehende Weise ätherisch unzerbrechlich. Mit Isidoro Balthasar hatte ich darüber gescherzt, dass ich versuchen würde, mich ihr zu nähern, wenn sie ein Mann wäre. Er hatte erwidert, wie ich hoffte im Scherz, dass dies vermutlich der Grund dafür war, dass Nelida so selten mit mir sprach. Wir bewegten uns auf mein Zimmer zu. Überall um mich herum erklangen Schritte. Nelida konnte es nicht sein, entschied ich, denn sie ging so leise, dass sie kaum den Boden zu berühren schien. Der absurde Gedanke, dass ich meine eigenen Schritte hörte, ließ mich so leise wie eine Katze auftreten. Trotzdem hörte ich weiterhin Schritte. Jemand bewegte seine Füße im gleichen Rhythmus wie ich, mit jedem meiner Schritte erklang ein schwaches Echo von den Boden Fliesen. Mehrere Male wandte ich mich um, doch natürlich war hinter mir niemand zu sehen. In der Hoffnung, damit meine Angst zu zerstreuen, kicherte ich laut. Mit einer abrupten Bewegung drehte Nelida sich um. Ich fürchtete, sie würde mich zurechtweisen, doch begann sie ebenfalls zu lachen. Sie legte ihren Arm Doch das war mir gleichgültig, ich mochte sie und ihre Berührung beruhigte mich. Kichernd und von Schritten umgeben betraten wir mein Zimmer. Von den Wänden ging ein eigenartiges Schimmern aus, so als sei Dunst durch die vier Türen in den Raum gedrungen. Dieser Dunstschleier hatte die Form des Raumes verändert und ihm seltsame Konturen verliehen, die ihm jetzt beinahe rund erscheinen ließen. Soviel ich auch blinzelte und die Augen zusammenkniff, es gelang mir nicht, mehr als den Tisch zu erkennen, an dem ich die letzten drei Tage gesessen und gearbeitet hatte. Ich trat näher. Zu meiner Erleichterung befand sich meine Arbeit zu einem säuberlichen Stapel geordnet auf dem Tisch. Daneben lagen meine Stifte. Jemand hatte sie angespitzt. Nelida rief ich aufgeregt und drehte mich auf dem Absatz herum. Sie war nicht mehr zu sehen. Der Schleier hatte sich verdichtet. Mit jedem Atemzug zog er sich enger um mich zusammen. Er durchdrängte mich und erfüllte mich mit einem erregenden Gefühl der Unbeschwertheit und Klarheit. Von einer unsichtbaren Kraft gesteuert setzte ich mich an den Tisch und bereitete die Seiten vor mir aus. Unter meinem aufmerksamen Blick fügte sich die Struktur meiner Arbeit zusammen und legte sich wie eine Doppelbelichtung über mein Originalmanuskript. Ich verlor mich in Bewunderung über die kunstfertige Entwicklung der Themen. Als würden sie von einer unsichtbar denkenden und schreibenden Hand bewegt, arrangierten sich die Absätze zu einem neuen Manuskript. Alles erschien mir so klar und wunderbar, dass ich Weile hing das schwache Echo der Worte im Zimmer. Neugierig blickte ich mich um, doch es war niemand zu sehen. In dem Bewusstsein, dass mein Erlebnis definitiv mehr als nur ein Traum war, griff ich nach Notizblock und Bleistift und begann mit rasender Eile zu schreiben. Mit unglaublicher Leichtigkeit und Klarheit empfing ich die Ideen. Wie Klangwellen pulsierten sie in meinem Kopf zur gleichen Zeit und doch es waren weder meine Augen noch meine Ohren die wahrnahmen was ich für mir abspielte. Vielmehr schienen es Fäden in meinem Inneren zu sein, die sich streckten und die Worte, die wie glänzende Stabpartikel vor mir lagen, aufsaugten, so als benutze ich einen geräuschlosen Stabsauger. Nach einer Weile verschwamm die Doppelbelichtung auf meinen Papieren. Die Zeilen wurden die wunderbare Ordnung zu erhalten, gleichzeitig wusste ich, dass alles spurlos verschwinden würde. Nur die Erinnerung an die Bewusstheit dieser prachtvollen Klarheit blieb und dann war auch sie ausgelöscht wie eine ausgeblasene Kerze. Eine gekräuselte Rauchwolke, dünn wie ein Faden, hing im Raum, dann verhing sie sich mit feinen Zittern und bedrohlicher Dunkelheit umgab mich. Ich war so erschöpft, dass ich wusste, ich würde gleich ohnmächtig werden. Leg dich nieder. Wohlwissend, dass ich niemanden sehen würde, machte ich mir nicht einmal mehr die Mühe aufzuschauen. Unter großer Anstrengung erhob ich mich von meinem Stuhl und schwankte auf mein Bett zu.